Ja, das ist bei, bei, das, das Lustige bei Source einfach, also ich meine, ich habe auch Spaß daran, wie, wie dämlich die ganze, die ganzen Plotlines einfach nur werden und so die ganze Lore davon und wie das dann irgendwie zusammenhängt und du hast auch wieder zusammengearbeitet und je mehr du darüber nachdenkst, desto dümmer wird das dann halt nach einer Zeit, aber da ist auch irgendwie der, irgendwo ist da halt auch der Spaß dann drin, ne, also, deswegen, ich glaube, ich glaube, Kingdom Hearts Fans sind auch die, ich glaube, es gibt ne, ne, ne sehr große, äh, das, das Wenn-Diagramm zwischen Kingdom Hearts und Saw Fans ist, glaube ich, da ist ne relativ große Überschneidung. Also, wenn du halt so, so, so ein Bullshit magst, dann, dann magst du es, glaube ich, auch bei anderen Sachen.